Klassenbildung, der Podcast. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von Klassenbildung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Jill vom revolutionären Medienkollektiv Klassenbildung und podcaster heute ausnahmsweise mal alleine. Sarah hat aber auch tatkräftig mitgeholfen bei der Recherche und bei den inhaltlichen Punkten für die heutige Folge. Ihr müsst also nicht denken, das wäre jetzt alles einfach auf meinem Mist gewachsen. Als heutiges Thema wollen wir uns mit der deutschen Rüstungsindustrie beschäftigen. Die steht seit dem Ukraine-Krieg und der massiven Aufrüstung Deutschlands besonders im Fokus der Öffentlichkeit und hat in den letzten Jahren auch einige Großaufträge der Bundesregierung an Land gezogen. Es wird aber nicht nur für die Bundeswehr produziert, sondern Deutschland exportiert auch viele Waffen, die in verschiedenen Kriegen rund um den Globus eingesetzt werden. All das ruft berechtigterweise auch antimilitaristischen Protest auf den Plan. Ganz aktuell zum Beispiel das Aktionscamp von Rheinmetall-Entwaffnen, welches vom 3. bis 8. September 2024 in Kiel stattfinden wird. Das Camp wird sicherlich genutzt, um Diskussionen über die antimilitaristische Strategie zu führen, aber man wird auch direkt in Aktion gegen deutsche Rüstungsunternehmen treten. Für uns bei Klassenbildung ist das Anlass genug, uns auch mal etwas näher mit dieser Industrie zu beschäftigen und darüber zu sprechen, wie wir uns eigentlich gegen den Militarismus in Deutschland wehren können. Zuvor werden wir uns die Geschichte der Rüstungsindustrie in Deutschland anschauen und auch einige der größten Waffenproduzenten hierzulande unter die Lupe nehmen. Wir schauen uns an, an wen Deutschland Waffen exportiert und warum auch der deutsche Staat selbst aktuell so massiv aufrüstet. Ich werde außerdem darüber reden, wie die Rüstungsindustrie Arbeitskräfte rekrutiert und wie der deutsche Staat versucht, uns in Kriegsstimmung zu versetzen. Und zu guter Letzt natürlich, wie wir genau das verhindern können. Okay, dann würde ich sagen, wir steigen einfach mal ein und ich hoffe, die Folge hält einige interessante Punkte für euch bereit. Wenn wir uns die größten Waffenexporteure im Zeitraum von 2019 bis 2023 anschauen, dann belegt Deutschland weltweit den fünften Platz. Nur die USA, Frankreich, Russland und China haben mehr Rüstungsgüter exportiert. Das zeigt eigentlich schon ganz gut, dass Deutschland in Sachen Waffenproduktion vorne mit dabei ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das schon immer so war. Zumindest in manchen Phasen war die deutsche Rüstungsindustrie nicht weltweit führend. Trotzdem kann die Branche in Deutschland auf eine lange Tradition zurückblicken. Mal platt gesagt, ist es eben so, dass Deutschland den Ersten und Zweiten Weltkrieg initiiert hat, was gewissermaßen eine starke Rüstungsindustrie voraussetzt. Tatsächlich ist es auch einfach so, dass eine eigene Schwerindustrie und Rüstungsproduktion für imperialistische Staaten von entscheidender Bedeutung sind, um im internationalen Konkurrenzkampf oben mitspielen zu können. Auf jeden Fall wollen wir uns jetzt zum Einstieg mal ein bisschen näher mit der Geschichte der Rüstungsindustrie in Deutschland beschäftigen. Als 1871 mit dem Deutschen Reich der erste deutsche Nationalstaat gegründet wurde, war die Industrialisierung bereits in vollem Gange und Deutschland verfügte über eine ausgeprägte Schwerindustrie, angetrieben durch Bergbau und Eisenbahnbau. Die Firma Krupp in Essen war zu diesem Zeitpunkt bereits ein weltweit erfolgreiches Industrieunternehmen, das nicht nur, aber unter anderem auch Waffentechnik produzierte. Im Deutschen Reich war es grundsätzlich aber erstmal so, dass eine vor allem personell gut ausgestattete Armee die wichtigste Rolle spielte. Die technische Ausrüstung der Soldaten spielte bis 1890 eine ziemlich untergeordnete Rolle, sodass viele Soldaten mit veralteten Waffen ausgerüstet waren. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen fehlten ganz einfach die finanziellen Mittel, um die Armee mit den modernsten Waffen auszurüsten. Zum anderen war das Militär damals vor allem aristokratisch geprägt, das heißt Adelige beziehungsweise Feudalherren gaben dort den Ton an und betrachteten das Militär quasi als ihr Revier. Sie wollten dann das Militär von den privatwirtschaftlichen Einflüssen der modernen kapitalistischen Gesellschaft fernhalten, um ihre Machtbasis zu sichern. Man könnte sagen Klassenkampf. Aus diesem Grund ließ die preußische Armee bis Ende des 19. Jahrhunderts noch häufig Waffen in staatlichen Heereswerkstätten produzieren, die überwiegend handwerklich organisiert waren. Die privatwirtschaftlich organisierte Rüstungsindustrie war aber deutlich leistungsfähiger als die staatlichen Manufakturen und sollte sich im Laufe der Jahrzehnte dann auch durchsetzen. Bereits im 19. Jahrhundert war die Rüstungsindustrie aber vor allem ein Exportgeschäft. Zwischen 1875 und 1891 lieferte die Firma Krupp mehr als 80% ihrer Waffen an ausländische Armeen. Diese Aufträge aus dem Ausland waren auch nötig, um die vorhandenen Produktionsanlagen überhaupt auslasten zu können. Das Deutsche Reich duldete die Waffenexporte sogar, um die Rüstungsindustrie zu stärken und die Entwicklung neuer Waffentechnik voranzubringen. Die privaten Rüstungsunternehmen erhielten aber schon auch einige Aufträge vom deutschen Militär. Die von Preußen geführten Einigungskriege zwischen 1864 und 1871 hatten für einen großen Bedarf an Ersatzmaterial gesorgt, den die staatlichen Rüstungsbetriebe nicht decken konnten. Das verlieh den privaten Rüstungsunternehmen schon ein gewisses Gewicht. Die Militärgesetze von 1890 und 1893 sorgten dann für eine deutliche Verstärkung der preußisch-deutschen Armee sowohl personell als auch materiell. Hintergrund war eine veränderte deutsche Außenpolitik, die die von Otto von Bismarck geprägte Stabilisierungspolitik ablöste und auf Konfrontationskurs zu den anderen Staaten Europas ging. In diesem Zuge wurde die private Rüstungsindustrie zu einem festen Partner des deutschen Militärs. Im Vergleich zu seinen europäischen Konkurrenten hatte der deutsche Staat eben einiges aufzuholen im Kampf um Ressourcen und Kolonien und dafür war ein aggressiver Kurs notwendig. Die Jahre zwischen 1890 und 1914 gelten dann als eine der massivsten Hochrüstungsphasen der deutschen Geschichte. In diesem Zeitraum wurden in Sachen Rüstungsindustrie und Waffentechnik die Voraussetzungen geschaffen, die den Ersten Weltkrieg, der ja 1914 begann, überhaupt erst möglich machten. Einen großen Anteil daran hatte das rheinisch-westfälische Industriegebiet, das vom Bergbau und von der Schwerindustrie geprägt war, also quasi die Rhein-Ruhr-Region. Diese Region war zu dieser Zeit das Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie und galt im Ersten Weltkrieg als Waffenschmiede des Deutschen Reiches. Firmen wie Krupp und Rheinmetall zählten in dieser Zeit zu den Hauptlieferanten für die deutsche Armee. Wir sehen hier also eine sehr weitreichende historische Kontinuität über den Hitlerfaschismus bis heute. Vielleicht nochmal zum Ersten Weltkrieg, der wurde dann ja auch als Krieg der Fabriken bezeichnet. Technisch hochentwickelte Waffen und großindustrielle Produktionsbedingungen haben diesen Krieg eben entscheidend geprägt, entscheidend für den Sieg wurde zunehmend eine gut funktionierende Kriegsmaschinerie. Die deutsche Reichsführung hatte die Dauer des Krieges massiv unterschätzt und nicht mit einem Abnutzungskrieg mit Materialschlachten gerechnet, weshalb zu wenig Vorrat an Waffen und Munition vorhanden war und zunächst nicht vorgesehen war, auf eine Kriegswirtschaft umzustellen. Da Rheinmetall, Krupp und so weiter nicht ansatzweise genug Nachschub herstellen konnten, mussten im Herbst 1914 dann zahlreiche schwerindustrielle Unternehmen ihre Produktion auf Rüstungsgüter umstellen. Alle Rüstungsfabriken arbeiteten fortan im Dreischichtbetrieb. Dennoch ging das deutsche Reich als Verlierer aus dem Krieg hervor. In Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg wollte der Hitlerfaschismus Fehleinschätzungen wie zu Beginn des Ersten Weltkriegs vermeiden und legte relativ früh einen Fokus auf die Rüstungsindustrie, obwohl Versorgungsengpässe bereits für Unzufriedenheit in der Bevölkerung sorgten. Rudolf Hess rief im Jahr 1936 die Devise Kanonen statt Butter für die nationalsozialistische Wirtschaft aus. Die Rüstungs- und Kriegspolitik bestimmten bei Hitler die Wirtschaftspolitik. Hitler setzte auf eine Autarkie-Politik und darauf, dass die durch Angriffskriege eroberten Gebiete das Deutsche Reich versorgen und wirtschaftlich sanieren würden. Während die Versorgung der deutschen Zivilbevölkerung nicht durchgehend gesichert werden konnte, expandierte die Rüstungsindustrie durch die extreme Ausbeutung von ZwangsarbeiterInnen. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs wurde die Rüstungsproduktion im Deutschen Reich maximal ausgeweitet und vervielfachte sich etwa von 1940 bis 1944. So wurden 1944 fast 40 Mal mehr Bordwaffen und leichte Flak hergestellt als 1940. Wir können festhalten, dass die deutsche Rüstungsindustrie ein bereitwilliger Partner des Hitler-Faschismus war und am Zweiten Weltkrieg im großen Stil verdiente. All das auf dem Rücken von ZwangsarbeiterInnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es Deutschland auf der Potsdamer Konferenz 1945 verboten, Rüstungsgüter zu produzieren. Bis 1950 herrschte sogar ein völliges Produktionsverbot in Deutschland und die Belegschaften von Industrieunternehmen wie etwa Rheinmetall wurden fast vollständig gekündigt. Ab 1950 durfte man dann wieder für zivile Zwecke produzieren. Rheinmetall beispielsweise baute in dieser Zeit Schreibmaschinen und andere technische Produkte. Das Rüstungsverbot war aber nicht von langer Dauer. Im Kalten Krieg brauchten die westlichen imperialistischen Staaten die BRD quasi als wehrhaften Verbündeten. Deutschland war eigentlich entmilitarisiert, bekam 1955 aber wieder eine eigene Armee und trat der NATO bei. Auch deutsche Rüstungsproduktion und Waffenexporte wurden stillschweigend wieder erlaubt. Eine Zeit lang hatte die BRD sogar ein eigenes Rüstungsunternehmen, nämlich die Firma Fritz Werner, die sich ab 1966 zu 90% in Bundesbesitz befand. Fritz Werner produzierte Munition und baute auch in anderen Ländern Munitionsfabriken. Jene Unternehmen, die schon den Hitlerfaschismus auf dem Rücken von ZwangsarbeiterInnen mit Waffen versorgt hatten, nahmen ab Mitte der 50er Jahre die Rüstungsproduktion einfach wieder auf. Wir machen einen Sprung in die 1990er Jahre. In dieser Phase, nach dem Ende des Kalten Krieges, musste die globale Rüstungsindustrie ihre Kapazitäten reduzieren, weil die Militärausgaben sanken. Bereits in den 2000er Jahren sorgten die Kriege in Afghanistan und im Irak dann für eine erhöhte Nachfrage, die Rüstungsindustrie boomte. Seit 2004 belegt Deutschland kontinuierlich einen der vorderen Plätze im Ranking der größten Waffenexportnation des Stockholmer Instituts für Friedensforschung, SIPRI. Die Invasion Russlands in die Ukraine und die von Kanzler Scholz ausgerufene Zeitenwende haben ab 2022 für einen zusätzlichen Aufschwung der deutschen Rüstungsindustrie gesorgt. Deutschland ist im internationalen Vergleich militärisch deutlich schwächer als wirtschaftlich und möchte daher massiv aufrüsten, um im zugespitzten imperialistischen Konkurrenzkampf handlungsfähig zu werden. Mit dem 100 Milliarden Sondervermögen und Co. wurden dafür finanzielle Mittel bereitgestellt, die für zahlreiche Aufträge und steigende Aktienkurse bei deutschen Rüstungsunternehmen gesorgt haben. Im Juni diesen Jahres, also 2024, erhielt Rheinmetall von der Bundeswehr tatsächlich den bisher größten Auftrag seiner Unternehmensgeschichte. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit explodieren die Rüstungsausgaben, wovon die deutsche Rüstungsindustrie natürlich profitiert. Ja, das soweit zum kleinen historischen Abriss, wobei die Namen von ein paar der größten deutschen Rüstungsunternehmen ja auch schon gefallen sind. Namen wie Rheinmetall und ThyssenKrupp haben wahrscheinlich die meisten auch vorher schon mal gehört. Wir werden uns trotzdem ein bisschen näher mit einigen dieser Waffenproduzenten beschäftigen, damit wir wissen, mit wem wir es hier überhaupt zu tun haben. Wenn wir uns die Propaganda der deutschen Regierung anschauen, dann wird Deutschland ja noch immer eher als Schlichter und Unterstützer dargestellt, wenn es um internationale Konflikte geht. Auch wenn dieses Bild sich gerade so ein bisschen im Wandel befindet, zum Beispiel dadurch, dass sowohl die Ukraine als auch Israel ja sehr bewusst unterstützt werden und verschiedene NATO-Manöver stattfinden, ist es im Grunde ja immer noch so, dass der Fokus darauf gelegt wird, zu behaupten, man greife ein, wo es in Anführungszeichen notwendig sei. Der zurzeit noch kriegsmüden Stimmung der deutschen Bevölkerung entsprechend wird also eine real sehr massive Aufrüstung mit dem Argument der Verteidigungsfähigkeit betrieben, also hauptsächlich wird defensiv argumentiert. Eben diesen Widerspruch lohnt es sich aufzugreifen, wenn wir über Militarisierung sprechen. Was eben aus Sicht des deutschen Kapitals notwendig ist und was für unsere Klasse, also die Arbeiterinnenklasse, das Richtige ist, sind halt erstmal zwei sehr unterschiedliche Dinge. Allerdings zeigt uns die Lage der deutschen Rüstungsunternehmen auf dem Weltmarkt nochmal sehr klar, dass das deutsche Kapital eben nicht hauptsächlich defensiv agiert, sondern strategisch und berechnend eingreift, um den Interessen des deutschen Imperialismus gerecht zu werden. Deutschland ist weltweit der fünftgrößte Waffenexporteur und das auch nicht im Verhältnis zum eigenen BIP, sondern in absoluten Zahlen. In einem Ranking des Stockholmer Instituts SIPRI, das im Dezember 2022 erschienen ist und in einem Daten aus 2021 analysiert werden, werden sechs deutsche Rüstungskonzerne unter den Top 100 gelistet. Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt, MBDA, Airbus und KMDS. Bei Statista sieht es 2022 leicht anders aus, hier fallen ThyssenKrupp und MBDA aus der Statistik raus, stattdessen landen Diehl und MTU weiter vorne. Je nachdem, welches Jahr man betrachtet und welche Zahlen man heranzieht, variiert das also ein bisschen. ThyssenKrupp beispielsweise produziert ja auch viele andere Güter und Komponenten. Von diesen sechs Unternehmen aus dem SIPRI-Ranking finden wir übrigens vier Stück in Kiel, wo dieses Jahr eben auch das Rheinmetall-Entwaffnen-Camp stattfindet. Darunter natürlich Rheinmetall, aber auch ThyssenKrupp, Hensoldt und Airbus. Diese vier wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen, wobei der Fokus sicherlich auf Rheinmetall und ThyssenKrupp liegen wird. Ja, kommen wir zu Rheinmetall. Rheinmetall ist der größte deutsche Rüstungskonzern mit einem Umsatz von 7,2 Milliarden Euro im Jahr 2023. Für 2024 wird ein Jahresumsatz von knapp 10 Milliarden erwartet. Der Konzern hat circa 30.000 Beschäftigte und ist nicht nur der größte Rüstungskonzern Deutschlands, sondern auch der fünftgrößte Europas. Rheinmetall hat, wie einige deutsche Rüstungsunternehmen, eine lange Geschichte mit dem Kriegsgeschäft. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 war Rheinmetall einer der größten Rüstungshersteller im deutschen Kaiserreich und beschäftigte fast 8.000 Mitarbeiter. Danach ging es weiter steil bergauf. Im Rahmen der Aufrüstung der Wehrmacht entwickelte und produzierte das Unternehmen ab Mitte der 1930er Jahre im Auftrag des Reichskriegsministeriums verstärkt Waffen und Munition. 1937 handelte es sich um das zweitgrößte deutsche Rüstungsunternehmen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Rüstungsproduktion maximal gesteigert und die Entwicklung neuer Waffensysteme massiv vorangebracht. Zahlreiche ZwangsarbeiterInnen wurden in Rheinmetallbetrieben zur Arbeit gezwungen. Im Werk Unterlös allein wurden am Kriegsende etwa 5.000 ausländische ZwangsarbeiterInnen sowie Kriegsgefangene aus Polen, aus der UdSSR, aus Jugoslawien und aus anderen Ländern von den britischen Truppen befreit. Zwischen 1944 und 1945 übernahm Rheinmetall-Borsig die Trägerschaft der Ausländer-Kinderpflegestätte in Unterlös, die zugleich ein Entbindungsheim für ZwangsarbeiterInnen war, wie auch eine Tötungsstätte für deren Kinder. Zeitweilig waren in Unterlös auch ungarische Jüdinnen aus einem Außenlager des KZ Bergen-Welsen eingesetzt. Das Unternehmen sitzt in Düsseldorf und hat sich unter anderem auf Panzer- und Kettenfahrzeuge spezialisiert. Rheinmetall stellt neben Kettenfahrzeugen auch diverse gepanzerte Radfahrzeuge her und produziert diverse Waffensysteme sowie Munition. Dazu zählen zum Beispiel Waffenanlagen für den Kampfpanzer Leopard 2 und die Suchzündermunition Smart 155 für die Artillerie. Bei Leopard 2 wird es bei einigen von euch kurz geklingelt haben, das sind Kampfpanzer, die von der Türkei schon 2018 bei den Angriffen auf Afrin eingesetzt wurden. Auch der Ukraine-Krieg ist für Rheinmetall bisher sehr lukrativ. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich der Börsenwert des Unternehmens verfünffacht. Am 20. Juni 2024 wurde dann bekannt, dass das Unternehmen seinen bis dahin größten Auftrag an Land gezogen hat. Das habe ich eben ja auch schon angeschnitten. Die Bundeswehr hat dabei Munition im Wert von bis zu 8,5 Milliarden Euro für die eigenen Bestände und für die Ukraine bestellt. Neben der Ukraine sollen auch die Niederlande, Estland und Dänemark von der Bestellung profitieren. Am 1. Juli meldete Rheinmetall einen weiteren Rekorddeal, nämlich ein Auftrag der Bundeswehr zur Lieferung von Militär-LKWs. Man habe einen Rahmenvertrag unterzeichnet, der die Lieferung von bis zu 6.500 Fahrzeugen im Wert von 3,5 Milliarden Euro vorsehe. 2023 wurde außerdem bekannt, dass sich Rheinmetall nachweislich über das Tochterunternehmen Nitrochemie an der Produktion von Komponenten für Uranmunition beteiligt, etwas das Selbstkapitalkreisen als kontroverse Waffe gilt. Das führt unter anderem dazu, dass verschiedene Finanzkonzerne Rheinmetall-Aktien aus ihren Fonds ausschließen. Rheinmetall ist zur Zeit außerdem groß in Schlagzeilen wegen seinem Werbedeal mit dem BVB. Der Deal soll drei Jahre andauern und dem Fußballklub 20 Milliarden Euro in die Kasse spülen. Die Fanszene organisierte zum Bundesliga-Staat Proteste. Ein weiteres großes deutsches Rüstungsunternehmen ist ThyssenKrupp. 2021 machte das Unternehmen einen Umsatz von 2,4 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 2,2 Milliarden Euro. ThyssenKrupp hat seinen Sitz in Essen und hat sich in seiner Rüstungssparte auf Kriegsschiffe wie Fregatten, Korvetten und Minenkampfschiffe sowie auf U-Bute spezialisiert. Die Tochter ThyssenKrupp Marine Systems mit Sitz in Kiel ist führender europäischer Systemanbieter für nicht-nuklear angetriebene U-Boote, Marineschiffe und neue Über- und Unterwassertechnologie. Das Unternehmen beschäftigte laut eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2021-2022 rund 6.500 MitarbeiterInnen mit einem Umsatzvolumen von rund 2 Milliarden Euro. U-Boote von ThyssenKrupp sind heute überall auf der Welt im Einsatz. Als deutsches Unternehmen wird natürlich regelmäßig für die deutsche Marine produziert, zu den europäischen Kunden gehören aber auch Griechenland, Italien und Norwegen. Darüber hinaus hat Thyssen aber Kunden auf der ganzen Welt. Für die israelische Marine wurde mit der Dolphin-Klasse sogar ein eigener U-Boot-Typ entwickelt und auch für Geschäfte mit der de facto Militärdiktatur in Ägypten war sich Thyssen 2021 nicht zu schade. Es folgt damit einer über ein Jahrhundert andauernden Tradition. 1811 wurde das Unternehmen als Gussstahlfabrik gegründet und beschäftigte sich schon ab Ende der 1850er Jahre mit der Waffenproduktion. Mit der Hochrüstung des Deutschen Reiches vor 1914 unter Wilhelm II. wuchs die Bedeutung der Firma Krupp für die Rüstungsproduktion. Entsprechend seinen geschäftlichen Interessen förderte der Kanonenkönig Friedrich Alfred Krupp den Alldeutschen Verband und den Deutschen Flottenverein mit beträchtlichen Mitteln. Beides Organisationen, die sich für die Vorherrschaft Deutschlands in Europa einsetzten. Der Alldeutsche Verband arbeitete systematisch an der Verbreitung der faschistischen Ideologie und organisierte die Festigung dieser in der deutschen Bevölkerung. Bei Hitlers Machtübernahme war Fritz Thyssen damaliger Geschäftsführer noch NSDAP-Mitglied, auch wenn er später den Krieg aus ökonomischen Gründen ablehnte und ins Ausland floh. Der Konzern verdiente fröhlich weiter. Thyssen Krupp setzte mit Beginn des Zweiten Weltkriegs systematisch ausländische, überwiegend unter Zwang rekrutierte ZivilarbeiterInnen und Kriegsgefangene ein, vor allem seit 1941 aus der Sowjetunion. Zu den ZwangsarbeiterInnen gehörten auch JüdInnen und Häftlinge aus Konzentrationslagern. Insgesamt wurden im Krupp-Konzern mindestens 100.000 Fremd- und ZwangsarbeiterInnen beschäftigt. Dies entsprach zeitweise bis zu 40% der Belegschaft. Bei der August Thyssen-Hütte AG belief sich die Gesamtzahl auf ca. 14.800, was zeitweise bis zu 26% der Belegschaft entsprach. Als drittes wollen wir uns ein wenig mit Hensoldt beschäftigen. Der Rüstungskonzern Hensoldt meldete 2021 einen Umsatz von 1,6 Milliarden Dollar, umgerechnet knapp 1,5 Milliarden Euro. Hensoldt produziert keine Waffen, sondern hauptsächlich Radare, Sensoren und Geräte für die elektronische Kampfführung, die zur Aufklärung, Überwachung, Luftverteidigung und Flugsicherung eingesetzt werden. Diese Geräte sind auf diversen Panzern, U-Booten und Kampfflugzeugen, Aufklärungsflugzeugen und Drohnen im Einsatz. Zudem produziert Hensoldt Flugschreiber für Kampfflugzeuge und Hubschrauber, sowie Lagererfassungssysteme und militärische Missionscomputer. Bei der elektronischen Kampfführung setzt der Konzern auf Systeme zur Erfassung und Auswertung von Radar- und Funksignalen. Im Portfolio finden sich zudem Störsysteme, die Fahrzeuge zum Beispiel vor Bomben schützen sollen und Selbstschutzsysteme, die Flugzeuge und Hubschrauber gegen Raketenangriffe absichern sollen. Zu guter Letzt möchte ich jetzt noch kurz auf Airbus eingehen. Airbus verzeichnete 2021 einen Umsatz von 10,9 Milliarden Dollar, umgerechnet knapp 10,2 Milliarden Euro. Der Konzern stammt zwar aus Frankreich, hat in Deutschland aber mehrere Standorte, zum Beispiel in Donauwörth. Neben zivilen Flugzeugen und Hubschraubern ist Airbus auch im Militärsektor aktiv. Dazu zählen unter anderem der Eurofighter, genauso wie verschiedene Transportflugzeuge oder Kampfflubschrauber. Zudem stellt das Unternehmen auch Satelliten, Drohnen, Trägerraketen, Lenkflugkörper und Verteidigungssysteme her. Ja, das vielleicht als kleiner Überblick über ein paar der größten deutschen Waffenproduzenten. Wir haben denke ich ganz gut gesehen, dass die Aktivitäten und Produktpaletten dieser Unternehmen nicht unbedingt zu dem Image passen, das die Politik in Deutschland sich gerne gibt. In der deutschen Politik fallen ja immer wieder Schlagworte wie westliche Werte oder feministische Außenpolitik. Aber wir können uns ja mal anschauen, was mit diesen deutschen Waffen passiert. Wonach richtet sich denn, an wen Deutschland Waffen liefert und in welchen Kriegen sind deutsche Waffen überhaupt im Einsatz? Aber okay, zum Anfang nochmal kurz zu diesen Schlagworten wie den westlichen Werten etc. Das ist natürlich Quatsch. Der deutsche Staat ist tatsächlich groß darin, seine Politik moralisch zu unterlegen. Das dient aber in erster Linie dazu, die Politik der eigenen Bevölkerung irgendwie schmackhaft zu machen und sich als Überlegen gegenüber der imperialistischen Konkurrenz zu präsentieren. In der Realität spielen moralische Fragen aber schlicht keine Rolle. Deutschland ist ein führender imperialistischer Staat und verfolgt eine eigene Geostrategie, die den deutschen Großkonzern eben optimale Bedingungen zur Erzielung maximaler Profite sichern soll. Daran richtet Deutschland auch seine Außen- und Handelspolitik aus. Im imperialistischen Konkurrenzkampf geht es um Einflussgebiete, die für das deutsche Kapital als Rohstoffquellen, Absatzmärkte und militärische Operationsbasen dienen sollen. Grundsätzlich agiert Deutschland also ähnlich wie die anderen führenden imperialistischen Staaten, ob nun die USA, Frankreich, Russland oder auch China. Auch wenn es sicherlich Unterschiede im Politikstil dieser Staaten gibt, eint sie alle, dass sie die Klasseninteressen ihres jeweiligen Finanzkapitals durchsetzen wollen. Staaten sind letztlich immer Herrschaftsinstrument der jeweils herrschenden Klasse, kapitalistische Staaten sind also Herrschaftsinstrument der Kapitalistinnenklasse. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass Rüstungsexporte immer politische Entscheidungen sind und dass der deutsche Staat und die Rüstungsindustrie in diesen Fragen eng zusammenarbeiten. Wenn deutsche Waffen, also Blut in Kurdistan oder in Gaza, vergießen, dann ist das sicher nicht nur auf dem Mist der Rüstungskonzerne gewachsen. Es geht also um politische Entscheidungen, aber diese werden eben nicht auf moralischen Grundlagen getroffen, sondern es geht, wie wir eben schon gesagt haben, um Geostrategie, es geht um imperialistische Bündnispolitik und Beziehungspflege. Waffenexporte müssen in Deutschland staatlich genehmigt werden, allerdings werden diese Genehmigungen wie am Fließband erteilt und sind eher eine Formsache. Strittige Anträge werden meist mit dem Verweis auf außen- und sicherheitspolitische Interessen genehmigt. Theoretisch soll die Bundesregierung sich bei Waffenexporten nach verschiedenen Regularien richten, etwa dem Kriegswaffenkontrollgesetz und den in Anführungszeichen politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern. In diesen politischen Grundsätzen sind Waffenlieferungen an Staaten, die die Menschenrechte verletzen, beispielsweise ausgeschlossen. Trotzdem werden solche Geschäfte immer wieder abgesegnet. Auch Waffenexporte in Krisengebiete, also in Länder, die sich gerade im Konfliktzustand befinden, sind durch die Grundsätze eigentlich untersagt, das wird aber quasi dauerhaft ausgehebelt. Deutsche Sicherheitsexperten verweisen dabei gerne auf eine Einzelfallprüfung. Das Ganze ist in der Praxis also eher eine Empfehlung, an die man sich halten kann, aber nicht muss. An welche Länder liefert Deutschland also Waffen? Letztlich an alle, mit denen ein Geschäft gerade Sinn ergibt, vor dem Hintergrund der Interessen des deutschen Imperialismus. Welche Empfängerländer in den jährlichen Top 10 landen, scheint dabei relativ stark zu variieren, je nachdem mit welchen Ländern in diesem Jahr Deals abgeschlossen wurden. 2022 erhielt wenig überraschend die Ukraine die meisten Exporte. Weitere Top-Abnehmer waren die Niederlande, die USA, UK und Ungarn. Deutschland exportiert aber auch durchaus viele Waffen an Drittländer, also Länder, die nicht Teil der NATO sind. 2021 war etwa Ägypten der Hauptabnehmer und hat deutsche Waffen im Jemen-Krieg eingesetzt. Für Israel ist Deutschland neben den USA einer der wichtigsten Waffenlieferanten. Deutsche Waffen werden also auch im Völkermord an den PalästinenserInnen in Gaza eingesetzt. Die Türkei ist zwar NATO-Partner, aber eben auch ein faschistisches Regime. Erdogan hat in den vergangenen Jahren eine sehr hohe Anzahl deutscher Waffen eingekauft, die in den verschiedenen Teilen Kurdistans gegen den kurdischen Freiheitskampf eingesetzt werden. Der Ukraine-Krieg und seine Ausschlachtung für die imperialistische Propaganda haben in Sachen Waffenexporten einen Umschwung hervorgebracht, was die Haltung zu den Lieferungen in der Bevölkerung betrifft. 2016 gab es eine Umfrage, laut der 83% der Deutschen Waffenexporte grundsätzlich ablehnten. Heute trifft das nur auf ziemlich wenige Menschen zu. Ja, wir haben jetzt schon relativ viel über Waffenexporte gesprochen. Es sollte aber klar sein, dass die deutsche Rüstungsindustrie auch enorm viel für das sozusagen eigene Militär, also für die Bundeswehr produziert. Die Bundesregierung sorgt ja beispielsweise immer wieder dafür, dass bei Rheinmetall die Kassen klingeln, weil mal wieder ein Milliardenauftrag belegt wurde, zum Beispiel. Aber warum treibt der deutsche Staat denn aktuell so massiv die Aufrüstung voran? Das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs treibt der deutsche Imperialismus, also genau genommen Staat und Kapital, die Militarisierung unter dem Motto der Zeitenwende voran. Darauf bin ich ja auch schon kurz eingegangen eben. In der ersten Zeit musste der Ukraine-Krieg auch immer wieder als alleinige Begründung für die Aufrüstung hinhalten. Putins Angriff habe die Lage verschärft. Auch Deutschland müsste sich jetzt sorgen um größere Angriffe machen und sich vorbereiten, sowie natürlich seinen, in Anführungszeichen, Freund, die Ukraine, unterstützen. Den Ukraine-Krieg bewerten wir aus unserer Sicht natürlich anders. Dazu haben wir vor zwei Jahren auch eine eigene Folge aufgenommen. Was allerdings stimmt, ist, dass er eine Art der Zeitenwende angezeigt hat, und zwar eine Phase zwischen imperialistischer Auseinandersetzung in einer neuen Dimension. In dieser neuen Phase steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich an, dass es häufiger zu offenen, großen Kriegen zwischen den imperialistischen Mächten kommt, und es steigt die Gefahr eines neuen Weltkriegs, eines neuen großen Verteilungskriegs zwischen den imperialisten. Diese Zuspitzung haben wir in den letzten zwei Jahren ja auch bereits gesehen. Zum einen brechen in immer mehr Regionen auf der Welt Kriege aus, wie zum Beispiel rund um Palästina, wo der Krieg immer wieder auch in einen regionalen Krieg zu eskalieren droht. Wir sehen aber auch, wie sich Konflikte rund um Pulverfässer wie Taiwan verschärfen, einem Ort, an dem der US-amerikanische und der chinesische Imperialismus direkt aufeinandertreffen würden. In diesem Kontext bereiten sich alle Staaten auf einen neuen großen Verteilungskrieg vor, auch wenn zurzeit niemand genau prognostizieren kann, wann und an welcher Stelle er ausbrechen wird. So sehen wir zum Beispiel eine massive Entflechtung der ansonsten extrem globalisierten und verzweigten Wirtschaft. Wir sehen aber eben auch militärische Vorbereitungen. Kurz gesagt, Deutschland soll vor dem Hintergrund einer internationalen Zuspitzung von Kriegen und Aufrüstung wieder einer der großen militärischen Player in der ersten Liga der imperialistischen Mächte werden, damit es in einem neuen Verteilungskrieg eine möglichst gute Chance hat, auf der Gewinnerseite zu stehen. Diese für den deutschen Imperialismus notwendige Aufrüstung wird nun durch den deutschen Staat umgesetzt und dabei kommen halt verschiedene Aufgaben auf ihn zu. Zum Beispiel muss die Aufrüstung so organisiert werden, dass sie nicht nur die einzelnen Kapitalistinnen, sondern den deutschen Imperialismus als Ganzes schützt und es müssen massiv Gelder von unten nach oben umverteilt werden, um den Wachstum so schnell wie möglich und vor allem auf dem Rücken der ArbeiterInnen austragen zu können. Das zeigt sich unter anderem darin, dass der deutsche Staat immer intensiver über den staatlichen Einstieg in verschiedene Rüstungsunternehmen diskutiert. Das würde das notwendige Kapital für die massive Ausweitung der Produktion mit sich bringen und gleichzeitig dem deutschen Staat die Kontrolle über die Rüstungsindustrie garantieren, sodass deutsche Waffen zunächst an die Bundeswehr und nicht etwa an andere europäische Länder geliefert werden würden. Hinzu kommt natürlich noch die durchaus große Aufgabe, die deutsche Bevölkerung wieder für den Krieg zu begeistern oder zumindest von ihm zu überzeugen. Da gibt es ja verschiedene Seiten, zum einen die breite Bevölkerung, zum anderen die Teile von ihr, die als SoldatInnen dienen sollen und natürlich die ArbeiterInnen in der Rüstungsindustrie. Letzterem wollen wir uns jetzt als nächstes widmen. Um die Rüstungsindustrie am Laufen zu halten, braucht es ja nicht nur Milliarden von Euros, sondern irgendwer muss auch Tag für Tag in den Büros und Produktionshallen arbeiten, um diese ganzen Waffen tatsächlich herzustellen. Dabei ist es für die meisten von uns vermutlich nicht so, die niceste Vorstellung, an der Produktion von Waffen mitzuarbeiten, wo man weiß, dass diese dann dazu eingesetzt werden, um in Gaza ZivilistInnen zu massakrieren, um mal ein Beispiel zu nennen. Gleichzeitig ist der Bedarf an Arbeitskräften in der Rüstungsindustrie riesig und überall sollen neue Leute eingestellt werden. Rheinmetall beispielsweise will die Anzahl seiner MitarbeiterInnen um 10% erhöhen. Da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wie schaffen es Rüstungsunternehmen denn überhaupt, an Leute zu kommen? Man kann erstmal sagen, ja, lange Zeit war es auf jeden Fall ziemlich verpönt, in der Rüstungsbranche zu arbeiten. So ein Rüstungsunternehmen braucht ja Leute für ganz unterschiedliche Stellen und darunter auch viele technische SpezialistInnen, IngenieurInnen und so weiter. Also Leute, die auf dem Arbeitsmarkt in der Regel viele Optionen haben. Und die haben sich dann eben nicht für die Rüstungsindustrie entschieden, sicherlich aus moralischen Gründen oder auch einfach, um nicht im Freundes- und Bekanntenkreis quasi geächtet zu werden oder sich die ganze Zeit die unangenehmen Fragen gefallen lassen zu müssen. Das waren einfach keine Jobs, die mit sozialem Status verknüpft sind. Dementsprechend war es für die Rüstungsunternehmen auch über weite Strecken schwierig, dahin zu besetzen. Auch das scheint sich aber seit dem Ukraine-Krieg ein Stück weit gewandelt zu haben. Das sagen auf jeden Fall verschiedene HeadhunterInnen, also quasi so PersonalberaterInnen, die für große Unternehmen passende Leute suchen. Das sagen aber auch die Rüstungskonzerne selbst. Die haben seitdem nämlich quasi einen Ansturm an BewerberInnen. Dass man im Ukraine-Krieg vermeintlich zu den Guten gehört und auch Deutschland in Zukunft in der Lage sein muss, sich gegen Russland zu verteidigen, hat das Image der Branche bei Leuten, die von dieser bürgerlichen Ideologie beeinflusst sind, deutlich verbessert. Teilweise empfinden die Leute die Arbeit in der Rüstungsbranche dann sogar als sinnstiftend. Zu dieser veränderten Stimmung habe ich auch ein paar krasse Zitate gefunden in einem Artikel in der Wirtschaftswoche. Ein Sprecher von MBDA zum Beispiel, also MBDA ist ein großer europäischer Waffenhersteller, und der sagt, früher kamen Bewerber zu uns, obwohl wir Ausrüster für die Bundeswehr sind, heute kommen sie zu uns, weil wir das sind. Und das fand ich schon relativ heftig. Eine Headhunterin von der Personalberatung Heinrich & Koll, die für die Rüstungsindustrie Leute sucht, sagte einfach mal, dass die Geschäfte gerade in Anführungszeichen bombig laufen und außerdem, dass sie seit dem Ukraine-Krieg regelmäßig Initiativbewerbungen von Leuten bekommt, die aktiv in die Rüstungsbranche wechseln wollen. Eine andere Headhunterin berichtet, dass sie für ein Rüstungsunternehmen neulich 70 technische Spezialistinnen kontaktiert hat und kein einziger davon abgelehnt hat, weil es um Rüstung geht. Was Jobs betrifft, scheint die Propaganda des deutschen Staates also schon einen gewissen Effekt zu haben. Die Aussagen von solchen Personalberatungen sind natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die haben ja ein Interesse daran, dass Leute, die sowas in der Zeitung lesen, für das Arbeiten der Rüstungsbranche begeistert werden. Es gibt schon auch noch viele Leute, die beim Thema Rüstungsindustrie erst mal skeptisch sind, vor allem, wenn sie erfahren, dass quasi vor ihrer Haustüre Waffen produziert werden. Aber der Ukraine-Krieg hat die Stimmung insgesamt schon ein bisschen verändert. Am Ende des Tages klagt aber auch die Rüstungsbranche über Fachkräftemangel und sucht händeringend nach Arbeitskräften, während die Auftragsbücher voll sind. Einige Rüstungsunternehmen planen deshalb verstärkt, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. Diesen Sommer gab es ja außerdem einen ziemlich kuriosen Deal zwischen Rheinmetall und dem Autozulieferer Continental, der Stellen abbauen will. Beschäftigte von Conti, die in der Produktion dort nicht mehr gebraucht werden, können jetzt ganz unbürokratisch zu Rheinmetall wechseln und quasi an Panzern schrauben statt an Autos. So kann man die Leute natürlich auch in die Rüstungsbranche bringen. Ja, man muss außerdem zu dem ganzen Thema sagen, dass die Beschäftigten in der Rüstungsindustrie auch ziemlich gut verdienen. Es geht also nicht nur um die tiefe Überzeugung, endlich für den deutschen Imperialismus Waffen bauen zu können, sondern auch um den schnöden Mammon. Ökonomen in der Uni Zürich haben 2020 festgestellt, dass Branchen, die als unmoralisch gelten, höhere Löhne zahlen bzw. zahlen müssen. Und dabei haben sie die Rüstungs- und die Tabakindustrie als Beispiele hervorgehoben. Es stimmt auch nach wie vor, dass man bei Rüstungsunternehmen sehr gut verdienen kann. Mit der zunehmenden Akzeptanz der Rüstung kann es aber natürlich sein, dass die Gehälter da in den nächsten Jahren niedriger werden, einfach weil man die Leute nicht mehr im selben Maß wie vorher mit Geld ködern muss. Ja, also keine Frage, irgendwer muss in der Produktionshalle stehen und die Waffen herstellen bzw. auch am Schreibtisch sitzen und die Waffensysteme entwerfen. Da gibt es aktuell auch durchaus gute Aussichten, diese Leute zu finden. Vor allem muss es aber auch Menschen geben, die die Waffen bedienen und damit töten, wenn Deutschland tatsächlich wieder kriegstauglich werden will. Das müssen wir uns halt auch klar machen und das ist sicherlich nochmal was anderes, als einfach bei einem Rüstungsunternehmen zu arbeiten. Wenn ich mich so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mit Leuten unterhalte, dann hat eigentlich niemand Lust, für diesen Staat in den Krieg zu ziehen. Allerdings versucht die Regierung ja auch aktiv, das zu ändern und uns alle Schritt für Schritt in Kriegsstimmung zu versetzen. In den letzten Jahren vergeht ja kaum ein Tag, ohne dass PolitikerInnen aller bürgerlichen Parteien und auch die großen Medien die vermeintliche Notwendigkeit der Aufrüstung der Bundeswehr und die Militarisierung der Gesellschaft propagieren. Diese fortschreitende Normalisierung von Aufrüstung und Krieg ist ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Strategie, um die Bevölkerung allmählich in Kriegsstimmung zu versetzen. Ein zentraler Punkt dieser Strategie ist die öffentliche Debatte, die zunehmend Themen wie Krieg, Wehrpflicht und Verteidigung in den Fokus rückt. Dabei wird oft eine sogenannte Salami-Taktik angewendet, bei der schrittweise Maßnahmen eingeführt werden, um den Widerstand in der Bevölkerung zu minimieren und sie zeitgleich an die neuen Umstände zu gewöhnen und sie diesen gegenüber ein bisschen abzustumpfen. Teil davon ist beispielsweise die Debatte über die Wehrpflicht, die nun seit zwei Jahren in den Medien rauf und runter geht und dabei stückchenweise an Radikalität gewinnt. Zunächst haben viele bürgerliche Parteien die Wiedereinführung offen abgelehnt. Mittlerweile fordern sie sie eigentlich offen und Parteien wie die CDU haben sie sogar in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Zum Teil liegt es natürlich daran, dass auch bürgerliche PolitikerInnen Menschen sind, die sich angepasst an die Lage des Imperialismus zunächst radikalisieren müssen, was diese Frage angeht, weil auch sie geprägt sind von einer Zeit, in der Konflikte weniger offen ausgetragen wurden. Zum anderen ist es aber auch bewusstes Kalkül, weil man vor zwei Jahren bei vielen Teilen unserer Klasse noch nicht mit offener Kriegspropaganda anknüpfen konnte. Außerdem versucht man das Militär Stück für Stück mehr in den Alltag der Menschen zu integrieren. Das dient zum einen dazu, die breite Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die steigende Militarisierung, zu der nicht nur die Rüstungsausgaben zählen, sondern unter anderem auch das Erlassen repressiverer Gesetze, ein Ansteigen der aktiven Repression nach innen und so weiter notwendig ist. Zum anderen dient es dazu, aktiv neue Soldatinnen anzuwerben. Maßnahmen, die stärker auf die Normalisierung setzen, sind zum Beispiel das kostenlose Bahnfahren für Soldatinnen in Uniform, aber auch die Art, wie man mit NATO-Manövern in der Öffentlichkeit umgeht. Große NATO-Übungen, wie etwa StatFest 2024, wurden und werden unter anderem von zahlreichen Pressekonferenzen und Artikeln begleitet, in denen Militärgenerele auf Laienniveau erklären, wozu die Manöver nötig sind und warum es wichtig ist, dass die deutsche Gesellschaft diese mitbekommt. Eine weitere Maßnahme dieser Art ist die Einführung des sogenannten Veteranentages, der in diesem Jahr eingeführt und ab nächstem Jahr groß begangen werden soll. Eine ähnliche Funktion erfüllen auch Veranstaltungen wie die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für Verwundete oder erkrankte SoldatInnen und ehemalige Streitkräfte. Hinzu kommen dann die direkten Werbemaßnahmen für die Bundeswehr, die aber natürlich ebenfalls dazu beitragen, das Thema von Aufrüstung und Krieg noch stärker in die Bevölkerung zu tragen. Dazu zählt zum Beispiel der Auftritt der Bundeswehr auf Jobmessen, aber auch auf der Gamescom sowie dazugehörige Werbekampagnen, bei denen die Poster dann aussehen wie ein schlechter Abklatsch von Call of Duty. Auch das Werben um Jugendliche an Schulen wird immer normaler. Während es bis vor kurzem noch offiziell als verboten galt und nur hinter vorgehaltener Hand in Form von Jugendoffizieren und Infoveranstaltungen stattfand, wird es zur Zeit immer mehr Teil des Schulalltags. So wurde in Bayern zum Beispiel kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das der Bundeswehr ungehinderten Zugang zu Schulen und Universitäten garantiert. Okay, wir merken also, der deutsche Imperialismus will den Militarismus vorantreiben und Deutschland wieder wehrfähig machen. Die Frage für uns muss vor allem lauten, wie können wir uns dagegen wehren? Aktuell könnte man ja zum Beispiel auch die Frage stellen, ist es überhaupt sinnvoll, auch einfach mal direkt die Rüstungsindustrie anzugreifen, wie es zum Beispiel die Kampagne Rheinmetall entwaffnen macht. Im Endeffekt ist es ja schon die Bundesregierung, die die Waffen in Auftrag gibt. Also, um es erstmal klar zu sagen, ich denke absolut, dass Rüstungskonzerne ein legitimes Ziel beziehungsweise auch ein recht naheliegender Gegner im antimilitaristischen Kampf sind. Dass wir genauso gegen die Aufrüstungspolitik und den Kriegskurs der Bundesregierung auf die Straße gehen müssen, würde ich gar nicht als Widerspruch dazu diskutieren. Im Endeffekt muss die antimilitaristische Bewegung, die wir in Deutschland aktuell brauchen, weitaus größer sein, als die Bewegung heute de facto ist. Dafür müssen wir den deutschen Imperialismus quasi an allen Fronten angreifen. Wir müssen uns also gegen die Propaganda-Offensive der Bundeswehr richten, gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, gegen die Unterstützung des deutschen Staates für die Kriege, die die NATO, die Israel, die die Türkei führen, gegen die Aufrüstung und eben auch gegen die deutsche Rüstungsproduktion. Aber auch die Aufrüstung nach innen, wo der deutsche Staat demokratische Grundrechte einschränkt, müssen wir hier nennen. Genauso müssen wir den Kampf gegen die chauvinistische und rassistische Hetze, die die faschistische Bewegung in die Bevölkerung trägt, natürlich führen. Die FaschistInnen stellen dabei praktisch die reaktionäre Speerspitze des deutschen Imperialismus dar. All das sind Kämpfe, die wir miteinander verbinden und über Strömungs- und Organisationsgrenzen hinweg führen müssen. Die Rüstungsindustrie steht dabei ohne Frage für die Verwicklung des deutschen Staates in Kriege auf der ganzen Welt. Die Parole deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt, die man auf Demos häufig hört, ist da schon ziemlich treffend, muss man sagen. Waffen aus deutschen Werken vergießen tagtäglich Blut in reaktionären und imperialistischen Kriegen in Gaza, in der Ukraine und in Kurdistan und dieses Blut klebt auch an den Händen von Rheinmetall, Thyssenkrupp und so weiter. Wenn wir uns das internationale Kriegsgeschehen und das Wettrüsten der imperialistischen Mächte auf der Welt anschauen, müssen wir als RevolutionärInnen ganz klar sagen, der Hauptfeind steht im eigenen Land und den Militarismus eben dort angreifen, wo er sich konkret in Deutschland zeigt. Und das ist eben in der Rüstungsindustrie. Den antimilitaristischen Kampf auch mit militanten Mitteln zu führen und etwa eine Produktionsstätte von Rheinmetall lahmzulegen, auch wenn es nur für ein paar Stunden ist, oder Waffenlieferungen nach Israel zu blockieren, wie es die HafenarbeiterInnen in Genua gemacht haben, zeigen praktische Möglichkeiten auf, die die Bewegung nutzen sollte. Man sollte allerdings aufpassen, das Thema Militarismus nicht isoliert zu betrachten und quasi die Systemfrage, wie es so schön heißt, gar nicht zu stellen oder sich maximal einen diffusen, eher phrasenhaften Antikapitalismus auf die Fahne zu schreiben. Das wäre für mich eher eine Form von Ökonomismus. Wenn wir also mit bürgerlichen PazifistInnen oder der Friedensbewegung auf der Straße stehen, sollten wir uns nicht einfach unkritisch darüber freuen, dass wir mit so vielen Leuten auf der Straße sind und quasi in einem Meer aus Gleichgesinnten schwimmen. Wir müssen glaube ich sehr klar vertreten, dass die kapitalistische Konkurrenz gesetzmäßig zu Kriegen führt und der neuer Weltkrieg eine sehr konkrete Gefahr darstellt, die sich innerhalb des kapitalistischen Systems auch nicht abwenden lässt. Nur die sozialistische Revolution kann einen solchen Krieg verhindern und dem gesetzmäßigen Kriegstreiben auf der Welt ein Ende setzen. Wenn wir also gegen Krieg und Faschismus kämpfen, müssen wir unseren Kampf immer auch gegen die Wurzel des Problems, also gegen den Kapitalismus richten und für den Sozialismus einstehen. Ja, damit sind wir jetzt auch am Ende unserer Folge zur deutschen Rüstungsindustrie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Einblicke in das Geschäft mit dem Krieg gewinnen und vielleicht auch ein bisschen Inspiration schöpfen für die nächsten antimilitaristischen Kämpfe. Mir bleibt nur noch zu sagen, wir freuen uns immer über Feedback, das heißt, schreibt uns gerne Kommentare und es hilft uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns folgt, uns ein Like da lasst und so weiter und so fort. Ich bin damit raus, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.